So meine Damen und Herren, willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge von Guckt sich eh kein Stein an Guckt sich eh kein Stein an Oh no Der hat wirklich Papier genommen Nein Ja Aber Stein schlägt Schere Oh Also schlägst du meine Freunde oder was? Also meine Zuschauer Ey was? Deine Zuschauer sind Stein Oh was soll denn das für ein Dreck? Oh 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 Ja endlich Fingermonster Aha Ja gut könnten wir mal machen, ich setze diese Karte hier Nein, das fängt ja schon so wieder an Was ist das hier? Der typische erste Zug eines Anfängers Ja warum auch nicht? Wer ist denn Anfänger? Du hast doch den Anfängerzug hier Fahrt ab Ja Weil der macht mir das genau nah Nein Mit einer kleinen Veränderung Der liegt auf der Karte drauf Ja Was denn? Ich will das was meine Empfängermonster dann ausspielen safe Er ist auf YouTube Man of the World Okay oder? Ja ich mach grad die Aufnahme Hallo Und hallo 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 Ich glaube ich lasse die Parts wirklich so schnell die gar nicht Auch so heilige Jetzt fängt der schon wieder an Ja Empfängermonster Ha du musst meinen Monster nicht zerstören Ja So sinnfrei Was willst du mit der jetzt anfangen? Äh nicht so Na Was denn? Ey das kotzt doch einen an Ich sag's doch es fakthaft Ey Und da kann ich noch etwas essen machen Pass auf, pass auf Ich setze noch einen drauf Jetzt, jetzt sei mal ehrlich Pass auf Ne pass auf Ne pass auf Ne pass auf Ne pass auf Ich pass auf Ich seh schon was du machst Ich, ich brauch gar nicht hinschauen was du machst Das kotzt mich ja jetzt schon an Es ist so genial Es ist so genial Es ist so genial Ich liebe diese Synchro-Moz Ich liebe es einfach nur Es ist so genial Jetzt erklär mir eins Warum macht das so wenig Defense? Ja aber als Angriffes Alter Er hat zwei Ja 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 Dein Ernst Ja 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 Jetzt mach doch mal Ja Ja Okay Ja Lass mich nicht auf mir sitzen Was hast du jetzt für eine Karte? Ich hab das sage ich nicht Mist Hm Sag mal so, sie ist nicht scheiße Ah Hm 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 Aber das ist, das ist eine gute Karte Ganz ganz gut Hm Okay Alles klar Oh Okay Kann man, kann man so nehmen? Ja? 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 Du rennst nicht immer mehr in deine Scheiße Okay Okay Diesmal nicht Ah Ach du verlierst doch einfach los Taurig Ich kann einfach nichts legen Ich kann einfach nichts legen, weißt du? Ja Ein Fingermonster kann mir mal legen, die sind niedriges Level Das ist ganz gut Machst du jetzt mal Sag mal kurz Ich kann nichts machen Ja Nein, gib auf Nein Ich hoffe auf Ich glaube an das Herz der Karten Ja, das wir sitzen Oh, was ist das denn? Oh, ein Empfängermonster Ja Warum auch nicht Wo ist Wo ist sie jetzt leider stärkst oder was? Machst du mich gleich zur Axt Oder Kannst du eigentlich jetzt immer die Karten aussuchen, welche du haben möchtest? Oder? Ja, ruhig beschwören, ja Dann könntest du mich gleich von Anfang an fertig machen, oder? Äh, nein, ich muss ja, ich brauche dazu die passenden Sterne Ah, okay Das heißt, wenn du jetzt wieder ein Empfängermonster hast, kannst du wieder die beiden zusammen und dann... Du siehst da diese Sterne da oben, ne? Über... Ja, nein Nein Ja Ja Ja, und so viel... Und so viel hat das dir gebraucht Kannst du jetzt zusammenzählen, wenn du willst Naja, gut, wir wollen es jetzt mal riskieren Wir wollen es wirklich mal riskieren Ich beschwöre nach einfach Ja, das kann ja Deine Karte nachöffnen Mit den... Äh, mit den Lebenspunkten Ach... 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 Ja, alles klar Das nennt man Cheating Ich... Aktiviere noch, äh... Diese Karte hinzu Okay Äh... Und die jetzt zerstörert So, ich möchte nichts hinzufügen Ich weiß, dass es mein Fehler sein wird, aber ich werde noch diese Karte aktivieren Auf meine Karte hier setzen Warum nicht auf mich? Das ist doch voll unfair Mit 2900 werde ich meine Karte jetzt verlieren Nein Nein Ich lasse dich durch Ah, was für ein freundlicher Mensch Was war der Effekt? Nichts Warum habe ich jetzt nur 500? Oh nein Hä? Moritz Hä? Wenn du keine Karten-Effekte lesen kannst WTF Yo Was ist denn? Du schenkst, weck mich doch auf Arsch Was ist denn? Alles gut Alles super Aber ich kapiere... Hä? Warum hat denn das aber so viele Defensätze? Ja Ach du Plus die Artikel Plus die Artikel Okay Ah Ah Jedenfalls habe ich dein eigenes Empfänger-Monster zerstört Ja Ja Da können noch ein paar nachrücken Ich weiß, du hast ja bloß noch noch 43 Karten Ich habe 12 Karten noch, wo ich funktionieren kann Ja ebenso Oh, du musst deine Runde wieder beenden Ja Alles so Das wird eine schnell Runde Das wird eine relativ schnelle Runde, das sehe ich doch Na willst du nicht mal beenden? Ah Ich soll dich jedes... Ich soll dich jedes Mal dran erinnern Und dann so Ja Dies passiert Hm? Oh ja, warte Ja, komm Alter, diese Nebengeräusche Das ist irgendwie so komisch Das sind die Yu-Gi-Oh! Original-Geräusche Die Original-Geräusche wurden besser ausgedaucht, das greift mich an Komm, 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 komm Gleiche Zahlen Die passiert nicht, ich verspreche's Äh, ich weiß, dass du dort noch eine Karte drunter hast, die mich zerstören Meine Karte zerstören kann Nein, nein Nein Nein, doch, sonst würde du die Karte nehmen und du nicht auswählen Nein, du erzählst wieder nur Scheiße, du bist noch dran Ja, ja, komm Mach mal Als ob du mich jetzt gewinnen lassen würdest, alter Hatte ich eigentlich nicht vor, aber wenn du willst, ja Ähm Ich bin doch viel zu gut für dich, das weißt du doch Eigentlich schon, das sagt doch die Lebenspunkte der Anzahl Eigentlich geht mir das Spiel schon zu lange, äh, ist jetzt die Karte erst später Geht das? Jetzt bin ich mal... Geht das? Oh, oh, oh Geht das? Achso, jetzt passiert Ah, das, ja Hm Oh nein Ey Der wüscht doch mal seine Karten Äh... Effekt aktivieren Komm mal rein Und ich beende die Runde Ich glaube, das ist schon gut Hä? Ja Ey, bist du... Was denn? Du bist doch... Ja, egal Alles gut, oder? Ja, ja, okay Jetzt alles gut Ich lass dich gewähren Ich geh jetzt nicht... Ein Beter, dass ich nächste Runde keine Monsterkarte ziehe, sonst bist du gefickt Ich war nicht ernst Pfff Mir egal, wie viel Schaden du jetzt musst Wenn ich nicht so deine Monsterkarte ziehe, bist du gebumst Sind wir mal gespannt Weil ich ungefähr weiß, wie viel deine Effekt-Monster haben Ja Aber du weißt doch, was eine kleine Karte ist, oder? Der verbirgt Ja, äh... Nein, keine Battle, sondern hier Äh... Hier so ein... Monsterkarte, bitte So ein Effekt-Ding Seiznet Ja Mhm, okay Bin ich mal gespannt Hä? Wie beschworen Äh... Ja Wie bitte? Oder wie viel hat sie jetzt? Ähm, was war denn das? Du Heilige Wiebitte? Oh, ich hätte dich jetzt verrichten können, wenn ich die Karte noch aufgedeckt hätte aber naja das wird jedoch mal ein bisschen spaß beilauf also ich kapiere gerade im witz aber ach so der hat sich zusammengerechnet okay kann man mal machen ja dann macht man es eben so muss ich extra netzer oberkarte aktivieren beenden was wird doch eh nicht warum soll ich die karte noch aktivieren was bringt das ja jetzt ist es noch die effekt monster die 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 dings wie der monster eine könnte es auch wenn du eine karte dass man mich in verteidigung zwingen könntest könntest du könntest du noch gewinnen falls nur ob ich damit dann noch angreifen könnte also ja klar du könntest da können sie sehen ich habe sie sogar noch gewähren lassen weil du dauernd verlierst gegen mich weil ich empfänger manns das spiel bei empfängermann cyberposten warum bitte spiel warum soll ich die die logik von dem spiel möchte ich dann immer gerne wissen also ich möchte auch gerne mal die logik wissen warum ich da so krasse karten bekommen war am anfang nie naja weil am anfang soll es so aussehen als ob ich gewinne und danach soll es wieder so sein hey junge du verlierst man hat es denn so ausgeschaut als ob du gewinnst ich doch nie naja alle haben von mir schwer ich habe bis jetzt so sieben oder so 4200 aber jetzt kennt sehr viel ui gespielt hat er sehr viel zeit nicht nur du nicht da haben wir es gegen ein paar freunde gespielt ihr habt die götter karten gehabt doch hier und als meine mutter ist alles weggeschmissen da war es vorbei mit der joker jährige jetzt mach mal ach ist das bescheuert ich will ich kann nicht so rechnen 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 hatte aber noch nie deine stärke hinten nähe nicht so richtig und es bringt mir endlich danke langweilig digger wow ja komm warum machst du das ganze noch du weißt doch ich kann noch eh nicht angreifen aber ich ja gut du hast du was das brauchen empfänger monster und davon wusste ich ja auch mal scherbstes und ich habe noch nicht mal empfänger monster gehört aber mir fehlt aber ich war es nur noch ein bisschen mal aktiviert habe einfach mal so ja angriff der nichts bringt ja krasses waffenmassen hat er eine 3300 attack damage auf einmal ach so weißt du was mir gerade so einfällt mich mich würde jetzt mal interessieren ob ich in diesem deck wiederbelebung hätte hätte ich wiederbelebung nehmen müssen dann nach effa dann hätte ich noch irgendwie hier versteckung drauf machen müssen wenn ich die hätte und dann würde es losgehen ja aber hätte der fall ich weiß das ist die scheiße na komm mach mich fertig es ist immer so traurig bist du immer ja klar weil ich jedes mal verliere wirklich jedes mal mache ich eine aufnahme verliere ich mache ich live stream verliere ich spiele ich einfach mal so mit irgendjemand gewinne ich ok frage es nicht ok hast du ja halt von jetzt den karma ja so eine runde noch danach hast du mich mir doch mein spaß ja gut komm ich mache jetzt auch mal meinen spaß mein letzten spaß effekt aktivieren oh ja das bringt mir überhaupt nicht kommen lass mir einmal den spaß den ich jetzt noch haben werden hey du könntest doch gewinnen nein kann ich nicht da stimmt er hat 4200 er hat schon wieder zufrieden doch was jetzt mein starkes monster kaputt ja wien er hat man 3200 gut das könnte man machen ja aber bringt mir auch nichts nein ich will nicht erst eine kurze nicht das nächste ich habe ich gar nicht erst mal ein ganzes waffenarsenal dann 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 gibt es erst trotzdem lecker und nächste woche kommt hier meine beste her zu mir das war letztes mal der leistung rein mit ihr richtig lustig gewesen hält alle monster was krieger erhalten ach ja gut 2400 ok ja komm mach mein mach mein monster platz habe ich nicht ich will dass du win sitzt ah hilfe hilfe genau so du kannst zwar nicht zerstört werden aber ich wurde die ganze zeit gefragt ob ich diesen diesen rammler aktivieren möchte es hat mich so gekotzt warum soll ich den aktivieren am ende meines zuges am ende meines zuges aktiviere ich den und dann sind die Punkte sofort wieder weg na gut leute ich werde wohl niemals gewinnen habe ich das Gefühl ich müsste mir mal wirklich ein ordentliches deck noch zusammen stellen nimm mal ein synchro deck wenn euch da ganz gut gefallen genau ich werde noch eine runde jetzt aufnehmen und werde einfach mal das werde einfach mal das ein synchro deck nehmen ja wahrscheinlich jetzt wenn ich mit dir spielen will schon in random in meine lobby nein nein kein bock mehr gut dann sehen wir uns das nächste mal bis zum nächsten mal tschau tschau sagt er mein sie ah lust dabei ja wenn du dabei warst dann genau